Hallo und herzlich willkommen zur Party der privaten Medienveranstalter. Wir sind hier live vor Ort und schauen mal, was es hier so alles zu entdecken gibt. Ja, das erste, das natürlich auffällt auf dieser Party ist das Essen. Was soll es denn auch sonst sein? Ich spiele mal den Vorkoster und teste mal, wie es so alles schmeckt. Ja, ich habe mir jetzt erstmal etwas auf den Teller geschaufelt. Wir haben hier Kartoffeln, Frühlingsrollen, etwas Fleisch, Tomaten, Mozzarella Salat. Das werde ich gleich mal probieren und Ihnen dann sagen, wie es geschmeckt hat. Es war sehr lecker, muss ich sagen. Ich muss sehr zugeben, ich habe während die Kameraauswahl noch zwei, drei weitere Portionen genommen und gegessen und muss sagen, durchweg das Essen bei der Party der privaten Medienveranstalter vorzüglich. Sie geben hier Getränke aus, nehme ich an. Wie viele Getränke haben Sie denn ungefähr heute so ausgegeben? Oh, das kann ich nicht schätzen. Mehrere Hundert, keine Ahnung. Mehrere Hundert. Würden Sie sagen, eher 600 oder eher 300? Mindestens 600. Man muss sagen, das Essen ist gut, die Getränke sind gut, viel Personal ist da. Alles ist kostenlos gewesen. In diesem Sinne, eine gelungene Party. Gute Nacht.